Oh, ich hab da noch irgendwas verloren, nur Objekte, zwei Kilometer. Was hab ich denn da verloren? Zwei Kilometer? Zwei Kilometer? Äh, 0,2 Meter. Achso, 0,2 Meter. Alter! Du brauchst hier ein nach dem anderen raus. Oh ja, ein Rook. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Rook. Ein paar mehr. Na, dann kommt mal her. Kommt mal zu Papi. Papi, Papi. Papi, Julo. Papi, 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 Bang, Gummy. Oh, erster weg. Na, komm her. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ah, fuck, Junge. Ganz knapp, mein Freund. Hat dich deine Ulti noch gerettet? Und dein Schock-to-it. Ach, Moody, so doch nicht. So doch nicht. Da fängt man das wieder an, ne? Da beherzige ich meine eigenen Ratschläge nicht. Und, äh, ich stehe steif vor dem, anstatt mich von dem Schock-Torrel zu entfernen. Jajaja, Fehler macht man immer, ne? Ist ja auch gerade mal zu warm werden hier. Blockade wurde gerade gemacht. Oh, schnell hin da. Oh, schockt. Und da sind Rooks. Jihah. Eigentlich wollte ich jetzt Rook gehen, aber dann geben wir uns mal wieder als Held der Sache aus. Na, kennen wir die? Oh, hier sind ein paar mehr. Nein. Oh, was? Noch einer? Und noch einer? Wo ist der letzte Spang? Komm her. Komm her. Los, mein Freund. Kommen Sie her. Jetzt puppt ihr die Ulti. Oh, er hebt mich auf. Danke. Das war nett, liebe Freunde. Bam. Jupp. Joa, haben sie, haben sie ausgedient, würde ich sagen. Haben sie, haben sie nicht geschafft. Tut mir leid. Oh, nur wird geschossen. Ja, das ist eine G36. Boah, fuck. Rock in. Ja, der ist explodiert. Oh Gott, keine Heilung. War du. Mein Feld. Er hat geschossen. Ah, er könnte hinten rausgegangen sein. Mach ihn platt hier, bitte. Freier-Status. Sehr gut. Der hat schon ein bisschen mehr ausgehalten, gerade. Ja. Aufpassen, da kommt Hunderburg gleich aus der Safe Zone wieder raus. Ich scanne mal. Kommt da. Hätte er versucht. Das ist ein anderer. Pass auf. Ist der andere auch wieder da? Ja, er ist sticky. Da habe ich jetzt schon kein Bock drauf. Oh, ich bin ehrlich jetzt down. Ich hatte keinen Dingskid mehr. Handfingerfehler. Ich guck mal kurz, wo die sind hier. Da unten sind sie. Da unten sind sie. Ja. Ja. Ich geh mal runter. Du kannst nicht durchs... Hier, diesen XR bitte zuerst. Das ist der mit der scheiß dreckigen Sticky. Der geht mir richtig auf den Sack. Dieser Itze-Typ, der... Der geht schnell runter eigentlich. Warte mal, den hole ich mir eben. Ist weg. So, jetzt er hier. Wird von Mobs beschossen. Schmeiß ne Heilung. Nochmal down. So, was auf. Wups. Wenn du Heilung schmeißen kannst, sagst du Bescheid. Wieder auf den Boden. Ist down. Mach ihn weg. Ja, genau. Genau, weil die Heilung wieder nicht funktioniert hat. So. Ja, es ist nicht so zu viel. Hm. Auch, die sind Rook. Ich komme. Klingt sehr jung. Hm. Ja klar, wenn der eine sieht, der geht Rook, die lassen sich immer schnell dazu verleiten. Meistens musst du dann gar nichts mehr machen. Okay, bin da. Aufpassen. Die heben sich aber auch wieder auf. Jetzt mach ihn endlich Platt da. Hab ich. Ah, der Typ geht mir am meisten auf den Sack hier. Warte, mich nur mal kurz abstand. Schießen, 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 schießen. Jetzt hat er mir die Packwitter. Schießen, 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 schießen. Da ist Supply Drop. Können wir mal eben machen. Oh, ne? Direkt mal senden. Ja, ja. Okay. Muss aufpassen, hier ist direkt eine Wiederdingsstation, ne? Die Mobs kommen jetzt erst. Mal direkt mit der Granate verscheuchen. Was denn jetzt? Boah. Komm hier, komm hier. Du kleiner Pisser. Die sind wieder da. Ich hab keine Ulti mehr. Hast du noch? Weil wenn ja, denn ich brauch was. Sehr gut. Granaten schmeißen. Wir haben all selber Ulti gezogen. Versuch das auszulaufen. Ich komm bis hinten mit zurück. Hier, lass die gegen die Mobs kämpfen. Lass uns mal kurz um die Ecke. Hier, komm hier. Ich brem durch meine Heel durch. Genau. Hab ich. Boah. Ich hab von irgendwas einen Schlag abgekriegt. Wann das bitte? Weiß ich nicht. Ich kann gerade keine Heilung schmeißen. Ich komm jetzt wieder. 78 Meter. Ich hab nichts mehr. Ich komme. Ah fuck. Down? Ja, ja. Scheiße. Menschenjagd. Pass auf, Rockin. Feuer ist drin. Einer brennt. Der, der brennt. Der, der brennt. Wo? Und die. Brennt. Brennt. Der vor dir direkt. Immerhin. Heilung liegt hier. Brauch ich nicht. Der brennt. Muss gekillt werden. Sonst kann er sich wieder eine Heilung geben. Scheiße. Komm, der brennt wieder. Bing. Bing. Oh, das waren doch die von vorhin. Ja, 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 so kann es hergehen im Leben. Ich geh noch mal rein. Hier sind groups. Da sind die da. Da haben wir nicht geweckt. Ne, da sind andere. Ich hab hier zwei Gruppen, ne? Zwei. Ich hab hier rausgelegt. Ich hab hier rausgelegt. Ich brauche Hilfe. Komm mal. Ich komme jetzt über dem Platz. He's shooting like a water gun Bin gleich da Ja, ist verzeiht Du bist ja nur eine Straße weit Ja, ach Bin gleich da Nimm mal deinen Ulti, wenn du den hast Ha, tat Huch, ich hab... Meine Güte, kommt man hier raus und hat direkt Genau, ich bin der Liebe Ich hab ein Ulti Wie weit sind wir weg von dem Punkt? Welcher Punkt? Ach so Ne, die andere Kiste haben wir verloren, der hat jemand anders eingesackt Ach so Ach so Aber, ich bin tot Was? Was? Hier, halt mal, das geht nicht... Der hat ne SVD in der Hand Ne, der hat ne Pumpe Ah, ja klar Also mich hat er mit hier... Bei mir stehen M60 E40 Militärversion Hab ich stehen Bergung... Hier, Exosly Macht ne Bergung da unten, sag ich doch, dass der da ist Ja, war man in den Zoo? Würde ich gerne, ich weiß bloß nicht wo die anderen bleiben Ich hab zwei Behälter, das gefällt mir nicht Ja Seht ihr das Dings, was ich markiert hab? Die Abholstation Ja Exosly ist oben drauf Ja Scheiße, er kommt noch Boah, der Schritt kann, er geht mir hier Ich hab dir ne Heilung hingeschmissen Wenn du dahinter rennst Hier ist Kommen die anderen noch dazu, weil sie zwei will ich mit dem hin Ich komm unterwegs, bin unterwegs Jungs? Ja, ich bin unterwegs, sorry Ich hab noch 150 Meter Okay, jetzt sind sie wieder da Jetzt sind sie nicht mehr Ja, jetzt sind sie zu zweit Jetzt sind sie zu zweit Jetzt sind sie zu zweit Und haben Äh, keinen Rook-Status mehr Ja, dann lassen sie einfach verziehen Jetzt bergen die den Scheiß von uns Ach, das muss ich dich haben Ja, wir sind da Also Kommt hoch Noch mehr Kunden Ja, ne, jetzt hab ich keinen Bock mehr Leck mich am Arsch Die wollten die Oh, schau doch mal Jetzt haben wir da Jetzt haben wir wieder ne Mission Ja, willst du es echt machen? Geh mal hier an den Hinter Der schneid dann ab Wir haben ein Defensiv-Wult hier Exos-Lie ist auch Rook, ne? Also den können wir ruhig mal kurz wegfischen Die von den ganzen Exos-Lie ist auch Rook, ne? Die von den ganzen Können wir irgendwen fokussen oder? Warte mal Warte mal Ja, den Warte mal hinter den Rainbow-Fick-Phoenix Da, den Typen Der ist ja auch hinter euch Oder? Habt ihr Exos? Er nimmt Exos Ja, der ist ja nicht so Ja, der ist ja nicht so Come on Shit Öffentlich beide versiegen Scheiße Was sollen wir sie mitnehmen? Ich hab sie Ich hab sie Ist ok Besser als wenn diese kriegen Ey, du kriegst sie gleich mit Ja, die Inhalte Wo ist der Typ? Da kann ja bis nach unten laufen Bei unten bei mir Ok Er hat Mobs am Arsch Hat jemanden scannt? Hat jemanden scannt? Ehrlich jetzt? Non-scan Ab gehts Läuft wieder nach unten Das Treppenhaus Das unten andere Seite Was denn jetzt? Schon wieder von der Pumpe? Oder? Oder vom Mobs? Ja, der nimmt mich jetzt unterwegs mit, oder? Nein, ihr könnt mich auch mit Ich hol dich Oder Roggen macht das Pass auf Er hat geultied Der haut ab Ich darf noch ein Ulti Ich darf noch ein Ulti Boah, da Grüße kommen Das ist ja wieder die Harte Oh, sein Kuppel ist da Oh, fuck ey Ok, ihr seid gut dann Oh, jetzt rennen sie wieder quer durcheinander mit wir, Rogue gehen Ja, komm, lass uns Lass uns zurückziehen Lass uns unsere ähm einen Platz suchen, wo wir äh, den Kampf bestimmen Lass uns von den NPCs hier weg Gehen wir nach hinten Die kommen schon Ah, jetzt sind immer so die feigsten Schwuchtel in der anderen Seite So, hier ist gut Weg 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 Heilung liegt Gehen wir ein Turret Kommt zurück, kommt zurück Mach ihn weg Bei Ruun Baby Run Run otro Kleiner, voll Nap Da kommt er hinten nicht weiter Da hinten ist halt Ausgang, Ne mhm Zerrett gestellt Ist schneller down als du gucken kannst du kleines Arschkeks Fie Fie-Fie-Fuck-Scheiß-Ding Zerrett gestellt Zerrett gestellt Zerrett튼